Jo Freunde, neuer Charakter ist jetzt auf der Map verfügbar, kam gerade rein und das ist der Wath nennt er sich und ja, mit dem kommt auch eine neue Stempelkarte hier mit Aufgaben rein. Ihr seht schon hier, wir können auf der Karte markieren, habe ich gerade auch gemacht, dann seht ihr, der ist hier einfach oben bei Stealthy Stronger, genau an diesem Ort, wo ich gerade bin und das ist er. Und kurz vorab, es gibt momentan einen Bug und zwar, wenn ihr den anquatscht, zeigt er euch nicht hier die neuen Aufgaben, also ihr schaltet die in dem Fall nicht frei, ihr müsst ja die Charaktere mal anquatschen, dass ihr die Aufgaben freischaltet. Ist aktuell verbuggt, denke ich mal, aber wird in den nächsten paar Stunden gefixt sein, dass ihr das machen könnt, ansonsten spätestens morgen übermorgen wird das auf jeden Fall funktionieren. Ihr könnt es mal probieren, ob es mit Telefonzellen klappt, ansonsten einfach irgendwie später oder morgen nochmal probieren, dass ihr die Aufgaben freischalten könnt. Nichtsdestotrotz, die dritte Aufgabe von ihm ist, hol dir eine Sturmvorhersage von einem Charakter und das ist eigentlich noch die schwerste davon und die könnt ihr auch einfach bei ihm machen. So, wenn ihr den nämlich anquatscht, dann seht ihr hier so ein kleines Sturmzeichen und da seht ihr schon, Sturmvorhersage, decke das nächste Auge des Sturms auf, kostet 170 Gold, ganz wichtig, die braucht ihr, sonst funktioniert das nicht. Und das müsst ihr einfach nur machen, um die Aufgabe abzuschließen, also kommt gerne zu ihm hin hier auf der Map bei Stealthy Stronghold. Ansonsten könnt ihr das noch alternativ hier oben bei Catty machen und zwar bei dem Schimpanski, der hier oben bei dem Hubschrauberplatz ist, dort funktioniert es auch und ich glaube sogar bei Bernie Burp, äh Bernie, Boney Burp, so, gibt es auch noch einen Charakter, der müsste, glaube ich, hier irgendwo rumfleuchen, da müsste das auch gehen, aber macht es ruhig gerne bei ihm hier. Ihr habt ja gerade gesehen, das wird hier angezeigt, ähm, ja, jetzt leckt es gerade wieder, aber ihr habt es ja gerade gesehen und das auf jeden Fall zu dieser Aufgabe und zu diesem kleinen Bug, den es momentan mit diesem Charakter gibt. Und ja, das zu dem Video, wenn es euch gefallen hat, gerne like da lassen und dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.